Was für ein Aufatmen. Die Biergärten und Straßencafés sind wieder rappelvoll. Mannschaftssport im Freien ist wieder möglich. Die Impfkampagne schreitet weiter voran. Alles Paletti oder was? Das haben wir im ersten Sommer der Sorglosigkeit schon einmal gedacht. Und dann kam das böse Erwachen mit der zweiten Welle und der endlosen dritten. Auch wenn sich dieses Erwachen im nächsten Herbst so hoffentlich nicht wiederholen wird, weil dann zwei Dritte der Bevölkerung geimpft sein sollten. Konzepte, wie man auch die Menschen erreicht, die nicht fürs Impfen Schlange stehen, die sich in keine komplizierte Online-Hotline-Anmeldung begeben können oder wollen, müssen allerdings jetzt erdacht und vorbereitet werden. Man muss ja nicht wieder in den USA Dollarprämien oder gar Waffen verlosen, um die Impfbereitschaft zu heben. Niederschwellige Informations- und Impfangebote muss man sich allerdings schon einfallen lassen, um gerade die Menschen zu erreichen, die durch beengte Wohnverhältnisse und prekäre Lebensumstände besonders gefährdet sind. Und in deren Communities das Virus besonders zirkulieren könnte, wenn die bürgerlichen Bevölkerungsgruppen erst einmal durchgeimpft sind. Andere Kommunen jenseits der Mainzer Stadtgrenzen haben längst darauf reagiert, dass solche Bevölkerungsgruppen häufiger an Corona erkranken und dass sie sich bisher wesentlich seltener impfen lassen. Ein paar Beispiele. Der Kreis Mainz-Bingen bietet in diesen Wochen erste Infoveranstaltungen für Multiplikatoren unter Migranten an. Ludwigshafen und Worms denken über den Einsatz mobiler Impfteams in Brennpunktquartieren nach. Manche Städte bemühen sich darum, muslimische Imane in ihre Kampagnen einzubinden. Andere denken darüber nach, in migrantisch geprägten Vierteln Friseure als Multiplikatoren zu gewinnen. Gar nicht so blöd, die Idee. Und die Stadt Mainz? Sozialdezernent Eckart Lentsch denkt auf Anfrage meiner Kollegen lediglich darüber nach, in der City spontane Impfaktionen für jedermann anzubieten, wenn im Spätsommer Impfstoff im Überfluss da sein sollte. Die Begründung, Achtung, die vorbildliche soziale Durchmischung in Mainz. Was für eine wunderbare Formel. Alles prima, alles easy. Dann können wir ja auch die Stadtraumförderung einstellen, mit denen die Stadtpolitik die Fördertöpfe abgrast, um vernachlässigte Wohnviertel aufzuwerten. Wenn Sie nicht wissen, wo die sind, lieber Herr Lentsch, lade ich Sie gerne zu einem Rundgang ins Bleichen- und ins Bahnhofsviertel, nach Mombach in die Neustadt und zu manchem Wohnhochhaus im Stadtgebiet ein. Mein Ratschlag geht an alle sozialdemokratischen Kommunalpolitiker. Oberbürgermeister Eblink eingeschlossen. Sozialdemokratische Kommunalpolitiker haben sich in der Vergangenheit dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht nur im politischen Salon darüber sinniert haben, was die Stadt für sozial Benachteiligte und Abgehängte tun kann. Sie haben sich auch regelmäßig dorthin begeben, wo das Leben auf der Schattenseite der Stadtgesellschaft seinen Lauf nimmt. Und wo sich die Menschen nicht über Tagesschau und die allgemeine Zeitung über Corona, die Pandemie und die Impfung informieren, sondern über YouTube, TikTok und türkische, russische und arabische Influencer. Zu diesen Menschen werden in einigen Wochen auch in Mainz mobile Impfteams aufbrechen müssen. Je früher Sie das vorbereiten, Herr Eblink und Herr Lentsch, je früher Sie dafür Verbündete suchen, umso weniger böse wird das Erwachen im dritten Mainzer Corona-Winter werden.